hallo hans martin warum beziehst du nicht mal kritisch stellung zu der globalen traumatisierung die seit einem jahr stattfindet warum höre ich von dir keine kritik nach dieser krise hast du angst kunden zu verbrennen das ist ein kleiner auszug gewesen aus einer e mail die ich gestern erhalten habe und darauf möchte ich eingehen weil ich diese e mail sehr sehr spannend finde und daraus meine eigenen ansichten dir erzählen möchte mein name ist hans martin beck ich bin coach und unterrichte die spirituelle tradition der inkas aus peru ich lese dir mal kurz oder auszüge aus der e mail vor hallo martin ich hatte gehofft endlich auch mal eine kritische stellungnahme zu der globalen traumatisierung die seit einem jahr geschieht zu lesen leider wurde ich enttäuscht wie von so vielen die derzeit keine stellung beziehen und damit das derzeitige system stillschweigend hinnehmen gerade spirituelle lehrer sollten meinem empfinden nach diese krise kritisch beleuchten und sie in einen größeren kontext setzen doch von allen weltenlehrer die jahrelang über das neue zeitalter geschrieben haben sind derzeit sie sind derzeit ruhig oder in schockstache oder wissen selbst nicht wie sie damit umgehen sollen haben sie angst die kunden könnten davon abspringen jedenfalls lassen sie die menschen damit alleine leider denken zu viele spirituell ausgerichtete menschen man müsse ein problem ignorieren und denen keine aufmerksamkeit geben damit es gelöst wird aber nur in tiefen der auseinandersetzung kann es gelöst werden ich habe dazu eine ganz andere meinung zunächst aber einmal ich kann natürlich nicht für alle spirituellen lehrer sprechen ich kann nur für hans martin sprechen und ich kann auch nicht für andere menschen sprechen sondern eben nur für mich ich kann auch nicht mal für meine klienten sprechen ich kann auch nicht mal für die inka tradition sprechen ich kann nur als hans martin sprechen schau ich finde corona ist ein ereignis wie eine überschwemmung wie eine dürre wie ein vulkanausbruch wie ein tornado wie ein sterbefall in der familie wie eine erkrankung in einer familie es gibt abstufungen von globalen bis hin zu lokalen oder gar persönlichen ereignissen aber letztlich machen alle diese ereignisse mit uns etwas jedes ereignis löst in uns ein gefühl aus das kann ein gefühl der freude sein ein gefühl der gleichgültigkeit ein gefühl der wut ein gefühl der resignation der hilflosigkeit aber jedes gefühl löst etwas in uns aus und vermutlich ist es so dass je weiter etwas passiert je weiter es auch entfernt ist von vielleicht meinen eigenen werten um so weniger tangiert und berührt es mich je näher es an mir dran ist umso tiefer berührt es mich und corona ist nun mal ein weltweites ereignis das letztlich jeden menschen betrifft und damit auch berührt ich habe vor ein paar jahren ein video gesehen oder ein bericht gesehen als pelé in hawai eruptierte da hat die lavamasse das haus eines mannes komplett zerstört und der mann stand da und sagte in die kamera wenn mama pelé mein haus haben möchte dann gebe ich ihr das hat für sich offensichtlich damit abgeschlossen und hat das haus gehen lassen und ich weiß noch wie tief beeindruckt ich von dieser einstellung war denn ich habe mir gedacht nehmen wir mal an ein erdbeben würde mein haus zerstören könnte ich dann auch sagen patschamama heidelberg oder patschamama leimen wollte ihr grundstück zurückhaben jetzt gebe ich es ihr und ich glaube ich könnte es so nicht bin ich ganz ehrlich es hat mich beeindruckt wie dieser mann auf dieses ereignis reagiert hat und mir ist bewusst geworden dass spirituelle traditionen keine probleme lösen aber spirituelle traditionen helfen jedem einzelnen mit der gefühlslage besser umzugehen die ein ereignis nun mal mit sich bringt es ist ein unterschied ob ich entscheidungen treffe aus einer wut heraus aus einer angst heraus aus einer gleichgültigkeit heraus aus mitgefühl heraus das macht den unterschied und letztlich die qualität meiner entscheidungen aus die inka tradition ist darauf ausgerichtet menschen zu zeigen wie sie harmonie in ihr leben bringen können das heißt wie sie harmonie zwischen zwei energien entstehen lassen können die eine und zwar von zwei unterschiedlichen energien die energie von meinem haus das ich liebe und die energie des vulkans das dieses haus zerstört die energie zwischen meiner frau mit ihrer meinung und meiner meinung und meiner energie und und es geht immer nur darum eine harmonie zu finden sprich einen weg zu finden diese beiden unterschiedlichen energien oder meinungen oder zustände harmonisch zusammenzubringen und ich hatte vor 15 jahren als ich diese tradition anfing zu lernen hatte ich diese fähigkeit nicht natürlich habe ich viel auf andere menschen projiziert auf politiker auf ereignisse auf meine nachbarn jeder war immer schuld weil ich nicht in der lage war und auch nicht willens war die verantwortung zu mir zu nehmen und ich stelle mich nicht hin und mache es mir einfach und sage ja wenn du die verantwortung nicht zu dir nehmen kannst hast du ein problem ich sage nur es gibt verschiedene möglichkeiten auf ereignisse zu reagieren und mein weg ist nicht der stellung zu beziehen mein weg ist nicht der andere für verantwortlich zu machen mein weg ist auch nicht der gegen etwas zu sein in dem moment wo ich gegen etwas bin kann ich im besten fall so viel energie aufbringen um diese andere energie aufzuhalten aber ich werde niemals eine harmonie erzeugen können ich habe immer verschiedene möglichkeiten ich kann mir in jeder situation anschauen habe ich die kraft dagegen zu kämpfen habe ich die kraft es auszuhalten oder habe ich die kraft davon zu laufen aushalten kämpfen oder davonlaufen und wenn ich merke ich kann nicht etwas bekämpfen dann muss ich mir andere möglichkeiten überlegen und daher bewundere ich zum beispiel greta thunberg nicht weil ich von dem überzeugt bin was sie tue nicht weil ich dafür oder dagegen bin sondern weil ich sehe dass eine junge frau angefangen hat sich mit einem thema auseinander zu setzen und sie hat angefangen indem sie vor ihrer eigenen schule alleine demonstriert hat und sie hat es geschafft eine weltweite bewegung ins leben zu rufen sie war nicht gegen etwas sie war für etwas und mit diesem für etwas hat sie etwas aufgebaut sie hat nicht versucht andere menschen zu missionieren sie hat sie nicht verteufelt sie ist ihren weg gegangen und die die sich ihr anschließen wollten mit denen hat sie gearbeitet und alle anderen hat sie soweit ich das sehen kann sein lassen wie sie sind und genau das ist das worum es für mich geht ich bin nicht gleichgültig was andere menschen angeht aber ich habe auch nicht den anspruch allen menschen zu helfen ich bin kein guru ich bin auch kein missionar ich helfe allen menschen die zu mir kommen und hilfe haben möchten ich kann mit menschen arbeiten die sagen ich will ich kann ich werde ich kann nicht mit menschen arbeiten die nicht wissen was sie wollen die nicht sicher sind die mit konjunktiv arbeiten mit hätte könnte sollte würde ich kann mit menschen arbeiten die sagen ich möchte etwas an meiner situation ändern ich möchte keine angst haben ich möchte überlegt bleiben ich möchte ruhig bleiben ich möchte etwas an mir ändern meine innerste einstellung ändern dann kann ich helfen und das ist das womit die inka tradition arbeitet am ende sind wir alles individuen wir sind menschen aber wir sind individuen und wir alle finden und müssen unseren eigenen weg finden mein weg ist der weg der inka tradition und davon kann ich menschen erzählen ich kann ihnen anhaltspunkte geben ich kann ihnen erklärungen geben ich kann für niemanden eine lösung finden ich kann niemandem sagen was richtig oder falsch ist ich kann niemandem sagen tu das oder tu jenes was ich tun kann ist ich kann niemandem zeigen wie er mit einfachen übungen ängste sorgen trauer wut verzweiflung resignation loslassen kann wie er sie auflösen kann und dann mit hilfe einer neuen energie etwas in sein leben zu ziehen was ihm hilft vielleicht eine andere entscheidung zu treffen aber seine entscheidung nicht meine und das ist es und darum lehne ich es rundweg ab für alle menschen zu sprechen für spirituelle lehrer zu sprechen statements zu geben für mich ist corona genauso schlimm wie ein vulkanausbruch wie ein erdbeben wie eine überschwemmung wie eine hunger katastrophe oder wie eine dürre katastrophe genauso schlimm ich muss damit umgehen können und für mich ist es auch nicht immer leicht ich kann mich nicht hinstellen kann sagen spirituelle lehrer für mich ist alles leicht ist es nicht aber ich weiß weil ich merke dass es für mich einfacher geworden ist seit ich diese tradition lebe liebe und praktizieren und ich kann dir auch ein einfaches beispiel geben mein steuerberater hatte mir ende letzten jahres ausgerechnet dass ich mit der staatlichen corona hilfe keine ahnung nummer zwei nummer drei so und so viel geld erstattet bekommen würde und er hatte den antrag fertig gemacht aber ihn noch nicht abgeschickt und anfang des jahres bekam ich dann die nachricht hans martin wird nichts werden die eu hat die und die mechanismen eingebaut die regierung kann das geld nicht auszahlen du wirst es nicht bekommen war ich sauer nein war ich enttäuscht ja ein klein wenig weil das geld mir das leben leichter gemacht hätte aber ich mache niemandem vorwürfe warum weil ich habe das gefühl ich muss mit meinem leben mit meiner firma mit meinen dingen umgehen ich muss sie selbst lösen ja es wäre schöner gewesen aber jetzt geht es eben auch ohne und ich zeige oder ich versuche auch nicht mit dem finger auf andere zu zeigen und sagen ihr müsst alle diesen weg gehen ihr dürft nicht enttäuscht sein nein es ist nicht mein weg ich erwarte nichts von anderen und deswegen sage ich auch nicht anderen was sie tun sollen ich kann nur von mir ausgehen und ich kann sagen so habe ich reagiert das habe ich gedacht das habe ich gefühlt und das habe ich getan und ich sehe einfach dass jede spirituelle tradition den menschen hilft mit gefühlen besser umzugehen situationen anders zu beurteilen verantwortung zu sich zu nehmen und letztendlich eine eine mehr qualität in ihr leben zu bringen und deshalb tue ich mir so wahnsinnig schwer anderen zu sagen was sie tun sollen ich glaube ganz fest daran dass jeder von uns verantwortung für sein leben übernehmen muss und deshalb kommen eben nur einige menschen zu mir andere gehen zu anderen lehrern andere machen gar nichts und die vierten finden einen eigenen weg aber für jeden gibt es verschiedene möglichkeiten und jeder muss seinen weg finden mein weg ist nicht für jedermann gleichermaßen gut deshalb liebe bianca es tut mir abschließend gesagt wirklich leid dass ich zum themen korona und globale krise kein statement abgeben weil für mich ist korona schwierig für mich ist es auch innerhalb der firma schwierig aber korona ist für mich kein unlösbares thema korona ist einfach nur korona so wie geld geld ist geld ist nicht schlimm es ist manchmal schlimm was menschen mit geld machen aber geld an sich ist nicht schlimm korona ist an sich nicht schlimm sondern die auswirkungen von korona und die dinge die wir mit geld sehen das ist vielleicht schlimm ich kann menschen zeigen und sie lehren wie sie mit diesen gefühlen besser umgehen wie sie dinge leichter machen wie sie das gefühl zurückholen der schöpfer ihres lebens zu sein nicht mehr hilflos nicht mehr ausgeliefert zu sein ich kann für andere menschen aber keine probleme lösen und ich will es auch nicht bin da ganz ehrlich wenn du auf dieses video etwas sagen möchtest sei herzlich eingeladen aber eine bitte mach ein eigenes video so wie ich stell dich in diesem video lies nicht ab sprich frei so wie ich es gemacht habe und sag mir deine meinung und lad mir dieses video einfach hoch oder teile es dann haben wir alle die gleiche arbeit die gleiche mühe gemacht und dann sprechen wir auch auf augenhöhe miteinander ich habe mir keine notizen gemacht ich habe mir nicht überlegt was ich sagen möchte mach du es auch nicht sag mir einfach deine meinung danke fürs zuhören und ich bin gespannt was du zu sagen hast bis dann tschüss tschüss